so hallo und willkommen zu unserer neuen superrunden app heute leider ohne pgp der ist gerade beschäftigt wir werden jetzt erstmal dort weitermachen wo wir beim livestream aufgehört haben wir fangen es an beim backup online darauf dass ich ein rennen machen muss obwohl ich gerne mit garage was machen möchte wo neue autos ich bin leider nicht so gut mit den kanal bewährten aber ich habe mich angestrengt hey wieso seid ihr so gemeint so ein anfänger ja 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 komm na du zweiter aber für uns online ist schlecht habe ich gut gemacht zeit für das nächste rennen ich nehme da nein nächstes rennen kein video angucken und die doppelte belohne um zu bekommen ich will kein new york sein ja heute lernt spieler fliegen und so und fertig ob das wirklich online ist, weil es auch viel zu einfach war genau deswegen wollte ich da nicht sein, ich habe es gewusst, dass sowas kommt ich will noch einen Charakter ja, gewinne dieses Auto muss man jetzt wirklich ach so, muss dafür so eine Kiste haben mehr schnell, dann sammle ich halt solche Dias Spiel starten perfekt perfekt so, ich schaff's ich schaff's nein, weil ich nur auf die andere Seite gegangen hätte ich gewonnen ach, so knapp gar mehr mehr ja, weiter geht's äh äh er ist auf die Trophäen gekommen also, die können wir doch reden, das werden was ist denn was ist denn warte gib her gib her gib her ja, gib her ja mein Auto mein Auto mein Auto mein Money nein wir haben keine Sonnangebote Weltcup ja, hier ist das richtige Auto endlich jetzt mal hier jetzt mal hier Dobohöhne oh, zu teuer ich muss heute auch noch mehr Video fertig hier nein, so, fang mal an, los jetzt keine Säure, Jens, hab ich schon gleich abgemacht je weiter hinten man ist, desto mehr Turbo kriegt man am Anfang dankeschön, dass ich jetzt weiß was lol, was war das denn jetzt das ist auch doch eine blöde Fähigkeit Manni, Manni ja, mein Auto, ich brauche das andere Auto wieder das ist kacke Fähigkeit von denen fähigkeit von denen Obwohl das ein Auto schon viel besser ist, ne hm ach egal ach egal na mal los jetzt mal gucken, ob ich mich dran gewöhnen kann an denen so könnte er jetzt die Mitspieler was ich mich grad frage, wieso musste ich grad vorne anfangen nie nein nein kacke bringt nichts ja, zweiter huu kacke die Strecke ist doch alles gleich ich sollte bewerten, irgendwie kommt mir die genauso vor wie die vorherige äh ja jetzt kriege ich jede Menge Boost am Anfang, oder? oder? es fehlt doch einer, äh ja hui 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 äh nein, nein hui komm 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 nein, die nehmen meine ganze Kohle weg zu putzen oh Gott, war ich nicht mit dieser Runde schlecht nein, nur wegen diesen einen Fehler muss ich mir merken, in der Luft kann man drehen ja meins weiter ne, mach jetzt einmal weiter hier bitte ja, nochmal Ich mache Leute Profis mit, das ist unfair. Bin jetzt da. Neu. Wow, mit Aufstand, er ist da. Yo. Hey, wieso kommt man mir andauernd solche Scheiß-Posten? Und wie schnall ich es nieder, dass ich eine Dynamit-Stange schenke mit Zigarre habe. Nichts. Warte mal, hier. Ja. Nein. Ich habe ein Geschenk bekommen, sehe ich gerade. Ja. Champion. Erfahrungsbooster. Und noch mal ein bisschen Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Und noch mehr Geld. Und Öl. Wenn ich schon das Auto die ganze Zeit hatte, dann möchte ich jetzt das auch benutzen jetzt mal. So, gleich geht das Rennen wieder los. Mein wunderschöner Auto. Mit meiner schönen Dynamit-Stange. Wieso muss ich immer vorne sein? Das ist die blödeste Position, die man am Anfang haben kann. Und noch mal ein bisschen Geld im Kopf. Ja. Ja. Und noch mal eine Zeit. Ja. Ja. Den Namen. Ja. Neve. Ja. Ich bin ja. 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 Ah, zu kurz. Aber wieder Zweiter. Das ist mal was Gutes. Lol. Zum Glück habe ich die nicht getroffen, damit eine Frau weh zu tun. Nee. Nee, sowas macht man nicht. Sowas ist eher los. Vergessen. Ah, ich habe vergessen, Spinschots machen. Auch wenn ich das später machen kann. Hey, lass mich in Ruhe. Zack. Nein. Das ist immer so pechig, so wie ich. Das ist immer so pechig. Genau, ich wollte Clash Royale spielen. Ah, jetzt war ich sie wieder. Nein. Nein, so schlecht war ich. Ja, wenigstens. Ja. Levelaufstieg. Und weiter geht's. Und aufgestiegen. Nicht. Nein. Ach so, noch 17 Trophäen. Die drei Rennen schaffen wir noch. Noch drei Rennen, dann ist die Aufnahme fertig. Ich played sie. Und? Ja. going. Los geht's! Loll, einer eingeholt. Huuu, gucku, uuuuuii. Oh Gott, hier einfach scheiße Emoji machen. So was mache ich auch im Real Life gerne. So ist es eine Einzelmeimer, dass wir nicht immer wieder besser helfen lassen, nachdem maniqumut werden kann. So ist es eine prevented wash also. You don't like Es gibt gerne, dass irgend eine wie Ich bin absolut der Pringster Gangster. sie hat mich nicht sie hat mich nicht sie hat mich nicht sie hat mich nicht weg von meinen hintern spruchte meine frisse immer schön ist es muss ich krieche in solchen level dabei oder das habe ich gut gemacht ja letztes rennen das sind aber schöne entspannten rundfahrten hoffen kann sich immer hinter zu fahren potze ja was macht er da auf die mail dann so war also nun denn hoffentlich hat euch die folge gefallen mal gucken ob ich es in die nächste liga schaffe und dann bis zum nächsten mal bis dahin immer erster und schau euer scherufe bis bald